Guten Morgen! Herzlich Willkommen! Ich bin Markus Hickhausen, ich bin der Gründer von Ampelmann und bin Designer und wohne hier in Berlin-Mitte. Ich war damals ein bisschen zufällig auch bei der WM 2009 im Olympiastadion und es war grandios. Ich hatte Glück, ich war am besten Tag da, als die Jamaikaner voll aufgedreht sind und damals die deutschen Hochspringerinnen, die das ganze Stadion zum Schweigen gebracht haben, nachdem so eine wahnsinnige Stimmung war. Letztes Jahr bin ich beim Marathon, wollte ich eigentlich trainieren, habe gedacht, okay, vielleicht kann man mal die Atmosphäre schnuppern, vielleicht für den nächsten Halbmarathon vorbereiten. Ich bin eingestiegen auf halbe Strecke und das hat dann so getragen, so eine wahnsinnige Begeisterung, wenn man da mitläuft und die Zuschauer am Rande. Und ich habe es dann durchgezogen, mein Ehrgeiz hat mich gepackt, habe dann tatsächlich einen Halbmarathon geschafft und war fix und fertig danach. Aber so ein super Erlebnis, war der Hammer! 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 Untertitelung des ZDF, 2020